Jo Leute, ähm, also das war so, also ich war am spazieren, also ja, halt im Trommersheim, dann bin ich schnell gerannt zu unserem, ähm, halt zu dem Brandweier und dann kam da auf einmal so ein Notarzt entlang, dann hab ich mir so gedacht, Mist, dann bin ich ans Feld, dann war er da schon da, da stand sogar noch ein Krankenwagen und ich denk mir so, ich hoffe diesem Mann geht's da gut, ähm, ja, und dann, am Ende, hab ich den gewunken und dann haben die, also mir beide, also die haben halt Tatütata an, aus, und nee, Spaß, die haben mir Lichtruppe gegeben und dann, ja, haben die halt an der Straße das Tatütata angemacht, ja, und, ja, 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 und, ähm, und dann, ja, dann bin ich halt rein und dann hab ich halt mit Oskar und Flo getelefoniert und jetzt guck ich YouTube. Ich würd nur mal sagen, dass dieses Video für, also, lasst mal ein Like und ein Abo da und, ja, ja, lasst ein Like für der arme Mann und ein Abo da für, ich hoffe, der wird gesund. Ciao.